Das Freibad Langbad Auerhammer wurde am 24. August 85 Jahre alt. Doch altbacken kommt es keineswegs daher. Im Gegenteil. In den letzten Jahren hat sich das Bad schick gemacht. Jetzt ist eine weitere Attraktion hinzugekommen, ein Wassertrampolin. Möglich macht das eine Spende der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag an die Wasserwacht Schneeberg. Die wurde entsprechend weitergegeben. Symbolisch überreichte die stellvertretende Linken-Vorsitzende Karin Ley gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Rico Gebhardt den Spendencheck über 1.000 Euro. Das Geld stammt vom Verein der Bundesfraktion Die Linke e.V., in dem die von der Partei nicht gewollte Diätenerhöhung von den Fraktionsmitgliedern regelmäßig gespendet wird. Damit können Verbände, Initiativen, insgesamt aber soziale Projekte gefördert werden. Genutzt werden kann das Riesentrampolin aber erst, wenn es weitere Lockerungen in den Hygiene- und Abstandsregelungen gibt. Es soll dann im Nichtschwimmerbereich die bereits vorhandene Riesenkrake ergänzen. Die Linke im Sächsischen Landtag Die Linke im Sächsischen Landtag